Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, täglich zockt das Murmeltier. Wo kommt das Wasser her? Scheiße! Er ist wieder da. Ja, wir sind wieder da. Ach ne, 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 ich wollte das ja mit dem Intro machen. Ja, Leute, wir sind ja, ich ist wieder da. Und jetzt kommt mir zusammen wieder was richtig geile, denn das Video, was du letztens gefunden hast, macht so richtig Bock für, ähm, Leks, die ganze Zeit zu bauen und es kommt. So, und ich erkläre jetzt, wie war es erstmal in das Game. Ich verliere Teile, wenn ich fahre. Ja, du darfst nicht zu weit weg fahren, hier gibt's, ähm, Mapgrenzen. Flex nochmal kurz. Holy Jesus. Du, 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 du. Die Feuerwehr. What the fuck is that? Hast du ein Kühlzeug? Ja. Ja, da ist es. Oh oh, ich stürze ab. Ja. Der fliegt. Komm, komm. Ich treff dich noch, Joas. Komm. Kannst du mal aufhören, ich muss erstmal mit der Steuerung fahren. Ja gut, währenddessen schade ich schon mal meinen A10. Schmutz, 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 raus, raus, raus. So. Oh Gott, die Kamera ruckelt so hart. Siehst du? Aber ich schieb die Bohren rein. Alter, kann der mal aufhören beim Spawns explodieren? Was tut da, Joas? Ich brauche Tellt auf für die Leute, die gucken wollen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Was tust du da, Joas? Was ist denn hier los? Wir haben noch andere Maps. Wir haben hier noch ein Mittel-Eisen. Soll ich mir einfach nur was machen? Ich war gezogen. Joas! Wo bist du gerade hingeflogen? Das ist ja wie... Alter, Joas! Was soll das? Arme Schafe muss jetzt noch hart. Wir machen mal jetzt ein Rennen. Wir haben da so eine Rennstrecke. Drei, zwei, eins, los! Was? Ah! Fuck! Ja, eins, los, Joas! Oh, ihr wilde Mädchen! Hot, 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 hot! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich, Joas! Bye! Have a great time! Ah! Motor, Sean! Motor, Sean! Schmecken! Biss! Ja! 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 Vierter! Ja! Abkürzung! Nein, fahr dir nicht den Spiegel ab. Das war's. Jetzt muss ich mit drei Rädern weiterfahren. Nein! Nein, komm. Bisschen nicht. Bisschen nicht. Wir waren noch so weit und in der Kurve. Das war's. Ich hab nur noch zwei Räder. Wiegst du da, Dios? Nein. Ich brenne. Wieso brenne ich? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Was machst du denn? Wo ist dein Vorderteil? Das ist einfach hängen geblieben. Oh, guck dir die Reifen da oben an. Vielleicht nehmen wir auch so die Rüderstunde abkürzen. Oh Gott, nein, die kaputt geht. Ich hab sie genommen und wir leben noch. Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren. Hab ich noch zwei Reifen? Nein! Ich hab ihn noch zwei Reifen. Ich hab ihn noch einmal pens. So hat er wahrscheinlich auch nicht. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch nicht. Ich hab ihn noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017